Das weltweit tätige Unternehmen Tetra Pak ist Marktführer bei Karton-Getränkeverpackungen. In der Niederlassung nahe Mexiko-Stadt bilden acht Hähnelin-Lifte in Highspeed-Ausführung das Lager im Vertriebszentrum. Die Mitarbeiter stellen Ersatzteile für die Verpackungs-, Abfüll- und Lebensmittelverarbeitungsanlagen zusammen und senden diese an andere Niederlassungen in der ganzen Welt. Die Hähnelin-Lifte verfügen durch die Lagerung in die Höhe über ein gewaltiges Lagervolumen. Durch die geringe Grundfläche stehen mehr als 28.000 Ersatzteile auf engstem Raum zur Verfügung. Somit können die Mitarbeiter ohne lange Laufwege innerhalb kürzester Zeit auch große Kommissionen zusammenstellen. Durch die Vertikal-Lift-Technik von Hähnel konnten die Arbeitssicherheit und der Komfort für die Mitarbeiter im Vertriebszentrum zudem deutlich erhöht werden. Dank des Ware-zum-Nutzer-Prinzips ist kein Bücken- oder Leiternsteigen mehr notwendig. Die Hähnel-Multifunktionscontainer sind stark belastbar und verwindungsfrei. Durch flexible Einstellungsraster in Verbindung mit Kleinteilebehältern können auch geringe Stückzahlen unterschiedlichster Ersatzteile platzsparend und übersichtlich gelagert werden. Alle acht Hähnelin-Lifte sind mit der kompakten Steuerung MP12N mit integrierter Lagerverwaltung ausgestattet. Selbstverständlich ist die Benutzeroberfläche in Spanisch. Bei einer Ersatzteilbestellung werden die Aufträge anhand der Artikelnummern Stück für Stück abgearbeitet. Mehrere Mitarbeiter kommissionieren parallel von den Entnahmestellen direkt auf Transportwagen und bringen die Aufträge anschließend in den unmittelbar angrenzenden Versand. Da die Region für Erdbeben anfällig ist, wurden die Hähnel-Lean-Lifte in erdbebensicherer Ausführung installiert und erfüllen somit die hohen Sicherheitsanforderungen dieses Standorts. Das Hähnel-Vertikallager ermöglicht Tetra Pak einen schnellen und zuverlässigen Versand der angefragten Ersatzteile. Das Unternehmen schätzt die Vorteile der Hähnel-Lagerlösung wie kurze Zugriffszeiten und eine hohe Bestandsgenauigkeit. Aufgrund des exzellenten Hähnel-Kundendienstes in Mexiko und der hohen Zufriedenheit mit der Lagerlösung beabsichtigt Tetra Pak zwei weitere Lifteinheiten anzuschaffen. Aufgrund des exzellenten Hähnel-Kundendienstes in Mexiko-Kundendienstes in Mexiko-Kundendienstes in Mexiko-Kundendienstes in Mexiko-Kundendienst.